Guten Tag, mein Name ist Christoph Meinhold, ich bin Ernährungstherapeut und betreue seit 1994 HIV-Patienten. Unser Chatthema ist Ernährung, wenn der Darm Alarm schlägt. Der Darm hat ja eine wichtige Funktion bei der Aufnahme der Nährstoffe und die sollte nicht gestört sein. Wenn Milchzuckerunverträglichkeit oder eine Unverträglichkeit auf Fruchtzucker oder auf Gluten besteht oder auch wenn die Medikamente zu Darmrumoren und Durchfällen führen, sollte man natürlich schauen, dass das soweit es geht behandelt wird. Und da kann man über die Ernährung viel leisten, um ein gutes Bauchgefühl wieder hinzukriegen. Daneben sind natürlich in unserem Ernährungscheck auch immer Themen, wie ernähre ich mich gesund, wenn ich berufstätig bin, wenn ich hohe Cholesterin- oder Triglyceridwerte habe oder wenn ich im Single-Haushalt lebe. Ich freue mich auf Ihre Fragen. Vielen Dank. Vielen Dank.